Den kann ich da reinpacken. Zack. So. Und dann eine Leiter dran. Wo habe ich die Leiter? Ich habe was mitgebracht. Ich erinnere mich. Ich weiß noch nicht, wo. Doch, jetzt hier habe ich es wieder. Hallo, Leiter. So, da kann ich nach oben gehen. Liegt da noch was? Ja, da liegt noch was. Das war es aber erstmal. Okay, gut. Ja. Ja, ach so. Jetzt haben wir es noch Nacht. Okay, da will ich jetzt aber nicht draußen auf dem Feld rumlaufen. Sondern, ja, ich mache einfach hier drin weiter. Da oben zum Beispiel noch mit Stein. Ja, Zombie, ich habe dich gehört. Weißt du nicht, wo du bist? Da draußen. Ach so, da komme ich ja nicht durch. Okay. Dann muss ich mal außen rum. So, Zombie. Ach, da ist er. Drei Schläge. Kann er ab? Oh, da ist ein Schleim. Ja, ich habe ja einen Schleim. Einen Schleimball habe ich. Okay. Im Deutschen heißt es Schleimkugel. Es ist mir übrigens vor kurzem mal wieder eingefallen, dass ich ja was wusste, was ich wieder vergessen habe. Nämlich gibt es im Englischen das Wort Ball, was man auch oft im Deutschen an mir Kugel übersetzt. Es gibt aber auch den Begriff Sphäre. Also Sphäre. Das ist dann, naja, eher so im mathematischen Sinne. Aber es gibt da noch einen Ausdruck für Kugel. Nämlich Orb. Das ist mir entfallen. Was? Oh. Noch ein Schleim oder war das Musik? Nein, da ist ein Schleim. Cool. Das wusste ich schon irgendwann mal und habe es dann wohl wieder vergessen irgendwie. Da unten ist ja noch einer. Okay. Oh, jetzt kommen sie aber alle auf. Da ist ja auch einer. Halt, warte, ich muss hier weg. Boah, aber alle hier. Ich kriege hier aber auch alle klein. Das ist nur eine Frage der Zeit. Erstmal die Spinne hier. So. Mach mir ja meine, meine, meine Felder nicht kaputt. Ey, ey Leute, ihr geht weg hier. Oh ne, die haben das alles zertrampelt. Das kommt da hinten auch noch einer. Ich muss hier mal ein bisschen weg. Ein bisschen, ne, aber, 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 aber nicht da. So. Alles. Ja, komm, der eine noch hier. Hallo, gehst du? So. Die Kleinen machen irgendwie gar nichts, habe ich das Gefühl. Boah, cool. Ich habe so viel Schleim. Und ich muss was essen. So, jetzt erstmal wieder. Erstmal wieder erholen. Was ist denn da vorne, ne? Das will mir aber gar nicht gefallen. Acht. Acht Schleimkugeln habe ich. Okay, ich gebe mal wieder rein. Da oben ist noch ein Zombie. Ach, da ist noch einer. Dann mache ich dich auch nochmal planen. Ach, der, der Kleine hier. Nö, auf den habe ich jetzt aber keine Lust mehr. Es sei denn, der kommt mit rein. Dann habe ich immer noch keine Lust auf den. Aber ich muss mich eben damit rumärgern. So, jetzt ist da auch noch einer. Der kam natürlich da durch die unverschlossene Tür rein. Ach, so jetzt aber. Ist jetzt endlich Ruhe. Ich glaube, ich lege mich doch noch hin. Es ist ja hier noch nicht alles ganz zu. Na, komm her. Ich kriege dich durch die Mauer durch. Ah, doch nicht. Aber nur, wenn du herkommst. Nö, der will nicht. Gut, dann nicht. Schlafen kann ich wahrscheinlich jetzt sowieso nicht. Weil, ja, Monster in der Nähe sind. Aber hier. Autsch. Der hat mich noch erwischt. So, wo ist er? Also hier drin. Traue ich mich schon, mich mit ihm anzulegen. Weil er hier ja nicht rein kann. So, jetzt komm her. Hallo, Geist. Der will, der will. Hier. Aua, der hat mir noch eins mitgegeben. Da hinten geht schon wieder die Sonne auf. Sehr gut. So, und jetzt hier. Geist und Manticore. Jetzt komm mal her, hier. Da oben ist ein Geist. Ja, aber... Ah! Das neue Kampfsystem ist einfach nicht so gut. Das dauert immer so lange, bis man da ordentlich zuhauen kann. Da ist der Ogre noch oder was auch immer das ist. Da hinten ist auch irgendwas. Oh, ein Wehrwolf oder irgendwie so ein Wolf auf jeden Fall. Habe ich denn ein Goldschwert mit? Ähm, ja, habe ich. Die Nacht ist noch nicht ganz zu Ende. Aber es wird schon hell. Da draußen steht auch... Oh, ein Geist. Ah, na, also. Und von dem habe ich jetzt nur einen Rotstein. Ne, gar nicht mal. Doch, da oben. Und da habe ich auch was. Schleim. Ah, okay. Einen Schleimbrocken habe ich da. So, dann wollen wir mit dem Dolpen nachhelfen. Vielleicht bringt das ja was. So, da draußen ist auch noch was. Ach, hier, Creeper. Okay. Da laufe ich mal schnell weg. Und da haben sie mir das Feld zertrampelt. Hier da vorne. Hm. Naja, gut. Kann man ja wieder machen. Und da ist auch noch ein Creeper. Ach, nö. Ja, los. Komm her jetzt. Jetzt will er nicht. Ja. Wehe, du explodierst da vorne. So, schnell wieder zurückziehen. Und nochmal. Und das war's, genau. Nö, ich habe nur Erfahrung bekommen. Ja, ist ja auch nicht schlecht, ne? Okay, da vorne steht noch welche. Aber jetzt will ich mal das Feld reparieren. Und eigentlich wollte ich mit der Mauer weitermachen. Ich habe mich wieder hinreißen lassen. Mich auf Prügeleien einzulassen. Und außerdem muss ich da hier mal ausleeren. Das ist ja viel zu viel. Das hier brauche ich zum Beispiel nicht. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann auch mal weg. Okay, das reicht. Ja. Nein. Ach, nö. Ach. Okay. Ich muss da vorne also doch eine Tür hinmachen. Nutzt alles nichts. Also, wo haben wir eine Tür? Habe ich gerade eine im Inventar? Hm. Nein. Ah. Ja gut. Ich bin da selber schuld. Ich bin das Risiko eingegangen. Das habe ich jetzt da vorne. Ich brauche eine Tür, Mensch. Da. Ich nehme diese hier. Ja, einfach weg da. Ich muss sowieso gleich noch allerlei einsammeln. Ähm. Ich würde auch gerne noch eine Druckplatte davor machen. Deshalb die Tür. Nein, Kuh, du gehst da. Na gut. Da bist du immer eingesperrt. So. Wir haben jetzt eine Hauskuh. Ähm. Ich brauche noch eine Druckplatte dazu. Ach ja, das kann ich eigentlich doch gleich einsammeln. Müsste ja genügend Platz im Inventar sein. Ich meine, der Schaden ist jetzt nicht groß. Das ist nur ärgerlich. Jetzt habe ich wieder Arbeit zu tun. Ja, Kuh. Die Tür ist zu. Da kannst du jetzt... Da fehlt auch noch ein Holz. Und da oben auch. Da hast du jetzt Pech gehabt. Äh. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Erstmal wieder flicken. Ach, ich wollte... Naja. Egal. Jetzt geht es erstmal hier weiter. Dann wieder mit Sandstein alles zumachen. Alles halb so wild. So. Ich musste mich ja drauf einlassen. Selber schuld. So. Jetzt brauche ich noch Sandstein. Habe ich dann hier noch... Ja, ein bisschen was. So. Das Loch ist schon wieder viel kleiner geworden. Ach ja. Ich muss ja... Ich muss ja mal eine... Eine Kiste da wieder hinstellen. Ach, da war ja die Werkbank auch. Oder auf jeden Fall zwei Werkbänke. Stimmt. Okay. Ähm. Jetzt haue ich mal das hier alles rein in die Kiste. Alles rein da. Was ich nicht unbedingt im Inventar haben will. So. Und dann hier. Diese Dinger hier. Von der Seite. So. Da. Das war schon wieder alles. Äh. Das hier. Alles rein. Das auch. Das. 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 Das nicht. Das. Auch noch nicht. So. Die Harken können rein. Das kann rein. Diese Sachen da kommen dorthin. Ach ja. Die Werkbank habe ich jetzt immer noch nicht gefunden. Okay. Aber da. Da ist eine. Und die andere. Die Spezialwerkbank. Die ist weg. Na ja. Die ist weg. Da ist sie nirgendwo. Das heißt. Ich muss mir wieder einen bauen. Kann ich ja machen. Äh. Ich brauche aber. Druckplatten brauche ich hier auch noch. Genau. Druckplatten. Das war es. Das war es. Was ich vorher noch machen wollte. Okay. Das funktioniert. Ähm. Ich brauche noch Kisten. Hier haben wir Kisten. Und. Ähm. Werkbank. Ich wollte ja eine normale Werkbank hier auch haben. So. Dann hier noch eine Werkbank drauf. Und Kiste dazu. Und dann eine Spezialwerkbank. Dahin. Und den Rest wieder einräumen. Das. 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 Alles weg hier. Voll. Moment. Was war das? Ach da. Die Kuh. Okay. Das und das noch weg. Okay. Die restlichen Sachen kommen da vorne hin. Äh. Das da hin. Das da. Ach der Diamant. Ah ne. Der war ja da gar nicht drauf. Okay. Ja. Alles klar. So. Ich wollte ja Stufe 2 Samen machen. Da brauche ich sowieso dann diese Dinger hier. Das kann. Ach das ist schon voll. Okay. Dann kommt das eben da rein. Das. 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 Das hier weg. So. Dann wollte ich noch das Feld reparieren. Ja. Guck. Guck nicht so dumm. Ach so. Da. Fehlt auch noch was. Du bist dir selber schulden. Wenn du jetzt hier drin bist. Ähm. Wo haben wir denn das Holz? Fichtenholz. Da war Fichtenholz. Blüpp. Nein. Dann haben wir das auch. Ah. Moment mal. Die Decke war ja auch kaputt. Richtig. Da. Da war ja noch was. Deswegen ist es hier so hell. So. Und dann brauchen wir noch die Stufen. Ähm. Aus Eichenholz. Da haben wir sie. So. Die Lücke ist zu auf der Seite. Und das haben wir auch gleich. Ne. Das ist gut. Ach. Und die Fackeln fehlen auch noch. Da auch. Ne. Die war da unten. Bis man das alles wieder hat. So. Jetzt muss ich schnell ins Lager und Sandstein holen. Denn hier habe ich keinen mehr gesehen. Oder? Weg aufmachen. Ist ja doch da. Ach. Jede Menge Sandstein noch da. So. So. Da. Und da. Okay. Sandstein wieder weg. Die Dinger auch. Und die auch. So. Jetzt aber endlich mal raus zum Feld. Da. Schon wieder alles überwuchert. Macht aber nichts. Okay. Wenn wir schon draußen am Feld sind. Kann ich das hier gleich alles abernten. Und dann machen wir mal Stufe 2 Pflanzen. Soweit ich weiß. Habe ich ja vorhin kurz angesprochen. Haben wir schon die ein oder andere. Ja. Weiß ich jetzt aber nicht mehr. Ich meine. Dass ich in der letzten Aufnahme welche gemacht habe. Ist ja auch egal. Ich werde die. Die eine Dinger jetzt so nach und nach ersetzen. Das heißt alle Einer Samen die wir haben. Die werden irgendwann mal. Demnächst. Eine Grundlage sein. Für die 2 Abpflanzen. Und bis das soweit ist. Werde ich natürlich weiterhin noch die Einer Pflanzen ansäen. Denn ich muss die Samen ja nicht einfach nur so rumliegen lassen. Die sollen ja noch nutzen. Die sollen ja noch nutzen haben. So. Da haben wir da alles. Da ist noch was nachgewachsen. Und auch hier. Jetzt habe ich noch 4 Felder. Ja gut. Ich brauche eben 4. Ich habe übrigens mal darüber nachgedacht. Wie das denn so ist. Mit den. Ja. Mit den höherstufigen Pflanzen. Man muss natürlich sehr sehr viel investieren. Und kriegt dann relativ wenig Ertrag. Also am effektivsten sind immer noch die Einer Pflanzen. Aber die haben eben den oder vielmehr haben die anderen den Vorteil, dass man verdammt viel oder ja verdammt viel weniger. Hört sich nicht gut an. Also viel viel weniger Platz braucht. Und man hat auch nicht so viel Mühe. Denn man muss. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf. Aber man muss die Felder ja alle abernten. Und das dauert eine ganze Weile. Und man muss auch wieder neu ansehen. Auch das dauert eine ganze Weile. Und da kann man sich natürlich sehr sehr viel Zeit sparen. Wenn man höherstufige Pflanzen hat. Und darum spekuliere ich. Vor allem was den Platzbedarf anbelangt. Denn ich werde hier natürlich sehr sehr viel anbauen. Und sehr viele Felder machen. Aber ich will ja nicht Felder haben bis zum Horizont. Also irgendwie muss das Ganze schon mal so ein wenig begrenzt sein. So, also ich brauche die Dinger. Die brauche ich ja hier nicht. Da müssen Stufe 1 Samen hin. Da habe ich noch mehr. Okay. Und die, wie war das jetzt hier? Müssen die da alle außen rum? Nein. Da müssen, an den Ecken müssen die Dinger weg. Ja, genau so. Okay. So, und das hier. Dann geht das genau auf. Ja, mehr haben wir da eben nicht. Dann, äh, da ist ja. Und da müssen die aber jetzt alle ausruhen. Ja, dann kriege ich jetzt nur drei Stück davon, ne? Nur, nur drei Stück. Und die kann ich auch wieder einpflanzen. So, den kann ich da lassen. Weil ich jetzt fortan ja nur noch, welche mit Stufe 2 machen will. So, und wo ich die anpflanze, ist auch egal. Einfach nur irgendwo. Ich helfe.